Das sind wir wieder zu einer neuen Folge Let's Play Koyote. Nach der anderen Folge ran, wo ich hier gerade in diesen... ...Tunnel bekommen bin. Und ich bin jetzt Level 5 und ich werde gerade von so einem Arsch angegriffen. Dämonenkeiler Level 7. Und bei mir ist eben mein Freund Palautau... ...Warte, Palatau. Palatau, so. Der ist auch schon auf Level 7, deswegen haben wir bessere Chance gegen diesen Scheiß-Dämonenkeiler, weil er so viel HP hier hat. Junge, wieso röftet er denn mit? Ja, auch wenn ich fast nicht tot bin, oder? Wo ist denn mein... Alter, wo ist mein Hund? Jetzt töte ihn doch du... Okay, ich habe den jetzt besiegt. Oh Alter, kriegt man viele Level 3. Oh, Willkommensgeschenk. Nachrichten verschicken, Kakaobohnen. Jetzt ist dein Willkommensgeschenk ab. Nein, brauche ich nicht. Junge, der hat aber ganz schön viel gemacht hier. Was war das gerade? Was ist das? Lederhandschuhe, die ziehe ich mir gleich mal an. So. Lauf mal weiter hier. Ich bin ja der Dachs, ich wollte mich nicht dem Vogel nehmen oder dem Bär. Der Bär war ein bisschen komisch. Lauf in die Stadt. Hätt's nicht Glück mit Drustin Kaila. Ja. Toll, lauf, 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 lauf. Und da sind wir in der Stadt. Loi, wieso läuft der schneller als ich? Äh, die Stadt... Deinen Vorteil, Lachsmaul. So. Die Halle der Ältesten. Okay. Was bringen wir das? Questband. Nein, die will ich nicht. Dann starte ich die Quest halt. Oh mein Gott. Oh, ich will aber nicht noch in die Wald der Wölfe. Da war ich schon mit Kyung ins Account, also als Kyung gespielt hat. Und das ist voll langweilig. Ich werde nur so scheiß Wölfe sind. Alter, ich will mein scheiß Willkommensgeschenk. Das muss mir gleich nicht... Viel Spaß, wir werden uns wiedersehen laufen. Guck hier. Böser Wölfe, Level 3, oder? Das ist schlecht für mich. Oh, 35 ziehe ich dir schon, Wolf? Gucken, wie viel das hier dir zieht. Oh, 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 oh. Böser Wölfe, du bist aber nicht so böse, ne? Hast du dir fast gar keinen Schaden im Moment gemacht? Fahre ich einfach rauskomme. Warte mal, ich trinke noch kurz was. Halt dein Maul mit deinem scheiß Willkommensgeschenk. So. Hab noch kurz was getrunken. Schleifung, Aquana, Frisch Classic. So erfrischend. Ach, alter Wölfe. Geschickt ausgeglichen. Du gibst mir eh keinen EP, Wolf. Also lohnt es sich auch nicht gegen dich zu kämpfen. Scheiß Wolf. Lol, wieso kaffe ich mich sofort an der Walsch? Hier, Alter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist denn da? Was ist das überhaupt hier? Warte mal, der muss sich jetzt mit einem Schlag von mir durchdrehen. Schön. Schön. Ich will mein Willkommensgeschenk jetzt nicht. Ich laufe in die Richtung, in die der Kompass zeigt. Lauf, 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 lauf. Da ist irgendwas. Flo, alz, versteck. Ich habe immer noch zwei Punkte, die könnte ich kurz verbrauchen. Das mache ich auch kurz dann. Alter. Stamm ist noch hoch. Nein, ich will das nicht. Äh, kann ich das wieder? So, jetzt habe ich erstmal was gekauft. Stammeswache, so. Red mal mit der. Okay. Boah, ich habe noch genug Zeit. Das reicht. Ich hoffe, meine Stimme hört man jetzt besser. Ich kann ja mal den Ton... Nein, der Ton ist cool. Sonst rede ich einfach... Oh, nee, der ist schlecht. Was für jetzt mal eigentlich. Biss ein schlechter Typ, ey. Oh, 26, ich ziehe ich dir. Und du mir nur war 17 hier. Und das ist 20 normal. Lull. Ach, zieh's mich schon mehr. Jetzt habe ich gedacht. Ich habe das mal einen Halt dran. Dann in your face angreifen. Oh, mit. In your face, bitch. Schau mal ne plus zwei, blabla. Zieh dich aus wie ein bisschen was ich nackig. Stirb, stirb! Boah! Hör, Yelp, ich mach tot. Oh, gut. Guck, ich mach nicht. Oh, geil. Oh, eine neue Rüstung. Geil. Ehm, erstmal gucken, was ist das Ding hier? Geht mir das besser. Zieh mir noch das Amulett an. Und natürlich den Helden. So. Die ist voll ausgelastet. Wo ist ich denn jetzt lang? Ach, ich fühlst mich verarschen. Feuernitzspinner. Ja. Da meinen ja auch nur so behinderte Geräusche, ey. Als ob ich so Tiere... Zieh's mir viel. Scheiß Spinnen. Hier ist eigentlich Spinnen im echten Leben. Also... Ich sitz hier gerade so im Keller. Und hier sind manchmal so... Und hier sind manchmal so... Oh, scheiße. Und hier sind manchmal so Spinnen und so richtig fette. Und so irgendwie da. So eine fliegende Feuer. Nein. Aber ich mag Spinnen nicht so sehr. Und so... Ich gucke die auch nach meinen Augen da. Das sieht doch nicht so geil aus. Also wenn ich eine Spinnen wäre, würde ich mich, glaube ich, um eine Geschlichtoperation machen. Nein. Also wenn ich eine Spinnen wäre. Also ich will, glaube ich... Also ich wüsste dann ja nicht so richtig, dass ich eine ekelige Spinnen wäre. Ich will dann, glaube ich, eher so... Das nicht wissen. Und dann so als normale Spinnen leben. Keine Ahnung. Wie fühlen sich denn Spinnen? Vielleicht fühlen die sich ja ganz geil. Wo die sich... Hä? Wie viele? Nein. Das habe ich jetzt nicht laut gedacht. Weil ich habe gerade sowas... Gedacht. So. Wie viele... Echsen-Schamanen. Wirst du mich verarschen? Wieso kommen hier so scheiß Schamanen hin? Und dann alle so schwachen. Die ich so... Oh. Junge. Weil... Also wenn ich eine Spinnen wäre, das wäre ein bisschen ekelhaft. Also ich mag Spinnen voll nicht so gerne. Wie schon gesagt. Und... Ich... Was will ich denn machen? Nein. Wüsste ich gar nicht so. Aber reden wir erstmal über das Spiel. Also ich habe das Spiel jetzt ausgesucht. Oh. Der hat das hier gespielt. Aber ich... Oh. Da liegt noch ein Apfel. Oh. Apfel. 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 Wo bin ich denn hin? Ich muss wieder zu diesem komischen Typen. Oh. Komm. Was ist das denn für ein Arsch? Oh. Ja. Komischer Geräusch. Habe ich nur 50? Oh. Was noch? Was sind ja für die Scheißgegner? Ich will jetzt einfach mal zu diesem Typen laufen. Oh. Was ist das? Was ist das? Was kann ich ja noch in einer Stadt verkaufen, ne? Oh. Oh. Ich bin ziemlich verarschen. Juhu. So. Du. Du du. Duu. Ok. Oh. Oh. Was ist das? Äh. Grundschaden erhalten. Was? Ich hab doch hier gerade irgendwas bekommen. Wo kann ich den denn hinco? So. So, erstmal ein Ring. Und eine geile neue Waffe. Jetzt kann ich die denn nicht hier hinlegen. Aber ich sehe schon die Folge bis zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.